Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4. Meine lieben Freunde, wo wir im letzten Part ja nochmal von Tüfteltom so eine... Nein, ich wollte mich doch hinstellen. Mensch. Wo wir doch von Tüfteltom nochmal so eine Mila, nennt sich das Gerät. Womit er dann hier... Na, womit wir halt hier senden können. Und er dann bei sich halt auf dem Rechner in der Real Road Station da alles ein bisschen gucken kann. Wie hier was abläuft. Und hast du nicht gesehen. In Formal... Na... Ganz, ganz wichtige Sachen auch und sowas alles nachgucken kann. Und hast du nicht gesehen. Aber... Naja, wer denn gesehen hat, der weiß es ja noch. Und ja, würde ich sagen... Machen wir doch jetzt hiermit mal weiter. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, noch so ein Gerät bekommen. Und das sollen wir jetzt hier auch noch oben wieder auf dem Dach platzieren. Und dieser Komplex hier scheint jetzt aber wieder ein bisschen größer zu sein. Ein Treffer. Hm. Ein Treffer. Könnte ja dann... Hä? Könnte ja dann jetzt ein... Höchstens... Der hier, ne? Könnte ja das sein, oder? Auch nicht. Und dann... Wiss ich gar nicht. Sein höchstens ist der hier, oder? Wie schön. Genau. Guck mal einen an, Junge. Aha. Jo. Der ist ja sehr interessant wieder hier. Super. Kann man hier noch find it? Im Schrank. Hallo. Achso. Hier war noch... Munition, ey. Hier haben wir noch mal ne Zeitung. Ist der Schrank leer? Hier. Hm? Alter. Du machst doch immer halt die Tür einfach auf, ne? Du merkst gar nichts, Alter. Ganz ehrlich mal. Ah, hier geht wieder nach draußen. Na, dann gucken wir uns natürlich erstmal hier noch ein bisschen um. Vermute nämlich ganz stark, dass hier noch irgendwas ist. Im Moment auch nur wieder Gegner sind, aber... Oder? Könnte auch... Könnte auch natürlich... Täuschen, ne? Da das vielleicht doch gar nicht so groß ist hier. Und ich glaube, ich muss nach diesem Part dann auch mal wieder nach Hause reisen und den ganzen Krempel wieder abladen. Was mittlerweile eigentlich auch schon relativ nervig ist. Ständig diese nach Hause reisen und, äh... Den Krempel dann abzuladen. Aber, naja, was willst du denn machen, ne? Hier kannst du dir halt nicht so ne komischen Mods installieren, dass du mehr tragen kannst. Und hast du nicht gesehen, ne? Das ist hier alles leider nicht möglich. Wobei, aber... Ey. Wobei, aber... Wenn sowas tatsächlich gehen würde, also das... Würde ich mir dann auch sogar tatsächlich installieren. So ne Mod, damit man halt wirklich mehr tragen kann. Das wäre nämlich echt sehr, sehr schön. Aber naja, geht halt nicht. Hier finden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen... Munition. Das ist ja sehr schön. Aha. Hier haben wir noch einen Rechner. Einfach nur, um den... Zu hacken hier. Damit wir wieder ein paar XP kriegen hier, ne? Jawohl. Und ich sehe, wir sind wahrscheinlich jetzt schon gleich auf... Level, äh... Was war denn jetzt? Hier auf 40? Oder... Ne, wir kommen jetzt erst 40, ne? Glaube ich, ne? Ich wüsste das jetzt gerade gar nicht. Naja, wie dem auch sei. Wir haben jetzt in letzter Zeit nämlich auch ganz schön gelevelt schon. Muss ich sagen. Das ging dann wieder eigentlich relativ... Ganz gut vorwärts. Gut, aber dann ist ja jetzt hier wirklich doch eine Spreiter, ne? Dann können wir ja jetzt hier durch die Tür... Wieder nach draußen. Ah ja, 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 ja. Siehst du, 40 sind wir gleich mit durch schon. Kiek mal ihn an. Alter, das sieht ja hochhammer aus, ne? Haben wir da überhaupt schon mal gesehen? So ein Skorpion hier? Krass, Alter. Ja, und wenn wir das denn hier abgeschlossen haben, dann würde ich sagen, dann machen wir auch diese Mission von wegen, dass wir wieder nach, äh, Good Neighbor sollen. Da haben wir auch wieder, denk ich mal, ein bisschen was Größeres zu tun. Aber das werden wir ja dann auch sehen, ne? Da müssen wir uns erstmal ja überraschen lassen wieder. Und jetzt der Ladebildschirm, bitte zu Ende. Der Ladebildschirm, jetzt bitte zu Ende. Hallo? Oh, jo, jetzt geht's wieder vorwärts. Jo, jetzt sind wir... Tatsächlich hier oben. Ah, und jetzt sind wir hier auch schon richtig. Guck mal einen an. Da haben wir hier noch feinit. Zigarren. Hier haben wir noch einen Safe. Jo. Cool. Money. Ja, seht ihr, und das hier, was ich doch auch im letzten Part schon sagte. Die ganzen scheiß Pistolen und sowas, alles, ne? Also, womit ich wirklich gar nicht großartig schieße. Das könnten wir wirklich eigentlich... Wenn wir sowieso schon da hin müssen, ne? Nach Good Neighbor. Würde ich sogar auch vorschlagen, dass ich die gleich mitnehme, wieder ein paar, ne? Zum Verkauf. Wenn wir da sowieso schon sind. Zack. Tüftelturmbericht erstatten. Ich meine, gut, wenn wir jetzt tatsächlich noch eine kriegen sollten von ihm. Wo wir noch so ein Ding hinstellen sollen. Denn, würde ich sogar sagen... Das machen wir denn jetzt auch lieber noch erst. Und... Bevor wir denn wirklich da hinreisen nach Good Neighbor und die... Neue Mission machen, die ich jetzt bekommen habe... Das machen wir dann auch erst im nächsten Part. Weil ich ja eigentlich gar nicht machen wollte. Ich wollte das ja eigentlich schon ganz gerne jetzt hier mit drin hauen, aber... Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Tut mir leid, ich muss für Tüftelturm was... Ja, 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 ja. Tüftelturm, da müssen wir jetzt auch hin. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ach so. Alter. Da müssen noch mehr Milas aufgebaut werden, wenn du Interesse hast. Jo, haben wir. Gib mal her. Was du was für unterwegs brauchst. Der Laden hat geöffnet. Level up. Jawoll. Level up. Da gucken wir auch gleich mal rein. Level up. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Stärke ist jetzt auf 9. Intelligenz ist ebenfalls auf 9. Kann ich jetzt mal 8? Ne, auf 7. Ausdauer könnten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen hochhauen, ne? Schadensresistenz. Gut, brauche ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, ne? Wollen wir hier nochmal in den Rauf hauen? Dann machen wir natürlich auch gleich wieder mehr Schaden, ne? Mit Gewehre und so. Also mit Schadschätzen, Gewehre und so was, alles. Der geht sowieso erst wieder ab. Level 49. Schleichen. Ha. Ja, das ist jetzt halt... Wie gesagt, ich finde ja auch viele Sachen eigentlich... Für mich jetzt persönlich... Nicht so wirklich brauchbar. Groß und schwer. Aha. Mit großen Waffen schieße ich eigentlich auch immer viel zu selten, ne? Wiederverwehrter. Ach, genau. Da bekommen wir... Ja, ja. Da bekommen wir denn seltene Komponenten, ne? Schrauben, Aluminium, Kupfer... Naja, die Schrauben sind eigentlich eher selten jetzt, sag ich mal, schon geworden, ne? Ich denke mal, das sollten wir vielleicht mal machen. Weil Schrauben haben wir nämlich echt sehr, sehr wenig immer. Und wir machen gleich direkt weiter auch hier mit Baumhieler auf. Da reisen wir einfach... Genau, da reisen wir hier jetzt hin. Das haben wir schon abgeschlossen. Vielleicht ist da auch gar nicht so viel Action. Dann kriegen wir das nämlich auch noch fertig jetzt hier. Den machen wir dann jetzt auch noch. Und... Naja, vielleicht machen wir das ja dann auch noch doch gleich mit hinten ran. Also wir fangen damit auf jeden Fall dann schon mal an. Was soll's? Waffen verkaufen, ich sag mal, das kann ich auch offscreen machen, ne? Da muss... Da muss ich euch ja nur nicht auch noch zeigen, ne? Unbedingt. Das wäre eigentlich Quatsch. Das sind in meinen Augen auch wieder... Das ist eigentlich... Weggeworfene Zeit. Von den Parts. Ich meine, jetzt gehen sie ja schon ne halbe Stunde immer. Oder so ziemlich ne halbe Stunde. Und das muss ja nur trotzdem nicht sein, dass... Hm? Was wollt ihr denn noch? Alter, was ist denn da los? Das sind ja so viele. Da habt ihr. Ihr Pisser. Alter. Da hat... Da hat mit... Äh... Mit malen so viele waren hier. Wo kommen die denn alle her? Oh ja, Psycho, ja. So sieht das schon aus wie so ein Psycho. Oh. Ach, da war ja ein... Legendärer. Boxhandschuh. Haben wir doch schon, ne? Aber nicht des Jägers, oder? Alter. Ach, gegen Tiere. Guck mal einen an. Dogmy, wollen wir das gleich mal bei dir ausprobieren? Nein. Natürlich nicht. Alter, wie viele... Waren das echt so viele gewesen? Was hat das denn denn eben? Alter! Hau ab hier. Wer hat denn hier gerade mit so nem... Mit so nem Horn gespielt? Ach, sag, wusste sind da wieder da oben auf... Der Baustelle da hinten, wa? Alter, pass auf hier! Huuu! 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 Alter Schwede! Hm! Die schießen ja hier von allen Seiten! Was ist denn hier los? Wo haben die diese Laserwaffen hier? Und vor allem, wo steht der überhaupt? Gibt's doch gar nicht, wa? Jetzt kommt hier vorn auch noch einer! Alter! Beruhig dich! Wo bist du? Ach, da waren zwei! Ich hab gedacht, erst den hab ich gar nicht getroffen! Wo ist denn denn da oben? Huuu! Huuu! Junge, 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 Junge! Was schäppert da hier los? Was schäppert da? Huuu! Nein, steh auf! Au! Äh! Mann, Mann, Mann! Ist der der... Der ist jetzt weg da oben, oder was? Oder wie? Ist der runtergekommen? Nee, der hätte doch nicht mit dem Knüppel zugehauen, ne? Ah, guck mal, hier ist aber so ein Teil! Die sollten wir uns vielleicht mal angucken! Nee, der hat die gar nicht! Der hier, ne? Ist das der Teil? Schaden, 49! Hört sich eigentlich relativ stark an, ne? Was wicht'n das Ding? Sieben, oi, oi, oi! Naja, ist egal! Geh nehm' ich aber mal... ...trotzdem mit! So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ach, wir müssen da sogar hin! Ah, wir müssen wahrscheinlich sogar da oben hoch, ne? Ach, du großer Gott! Ja, das kann ja was werden! Hier ist gar keiner! Alter, da oben hoch! Du großer Gott, Junge! Ja, das wird ja echt wieder was werden, Junge! Was? Dogmeat, Alter? Hör! Dann werden wir wahrscheinlich diesen Part... Höh! Dogmeat, du musst doch mal zubeißen! Alter, haben die mich grad erschreckt, Junge! Alter! Äh, äh... Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Achso! Ich glaub, dann werden wir diesen Part doch noch damit voll zu tun haben, wa? Was ist denn das hier? Warte mal. Ist das nicht hier? Da haben wir doch auch noch diese diese, äh Kostüm von, ne? Der ist doch damit gemeint, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Wie kommt man denn da jetzt wieder hoch? Muss ich jetzt hier wirklich erst wieder rumlaufen, oder wird? Hm. Anscheinend ja. Ja. Ja, 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 ja. Hier kommen wir zur Post. Und genau da oben waren wir nämlich sogar schon mal gewesen, ne? Oder? Ne, das war anders, ne? Da war noch Da stand doch hier noch so ne Da stand doch Ach doch, die sind da ja, so ne Kräne, ne? Na klar. Doch, doch, hier waren wir schon mal. Tja, der hat wohl auch nicht geschafft, wa? Gegen ne Gegen die Supermutanten. Und da werden wahrscheinlich noch ein paar drinnen sein. Hey! Wer schießt hier auf meinen Hund? Ach, du großer Gott. Hey! Alter! Nein! Uiuiuiuiuiuiui! Hilfsmittel! Können uns ja auch eigentlich mal hier so'n Medik-Strendballern, ne? Abhängig! No, lass doch! Kriegen wir auch wieder weg! ich nehme gleich noch zwei steam packs gibt man die sniper her der schock ne der liegt doch noch nicht jetzt nicht mehr wo bist du da oben blöder penner mensch wo bleibe ich denn hier immer hängen diese scheiß kiste hier alter du schläfst auch erstmal nach unten hat er ist runtergefallen natürlich er zieht die neue den kopf ein da das jetzt hier wieder so zur sache geht hätte ich nicht gedacht überhaupt nicht ist das hier nicht so ein teil wo so ein fusionskerne mal drin ist hier anscheinend nicht ja da waren wir schon mal ich überlegte jetzt gerade ob man von hier unten aus mit einem fahrstuhl hätte hochfahren können aber da ist ja eh zu ja der ist runtergefallen da liegt da geht denn da ab wo ist das ding ach genau ein bisschen schlecht zu sehen von hier aus was ich wollte gerade sagen ich habe nämlich so einen fleischhacken getroffen wo seid ihr konnte raus hier aus eurer löcher und wieder im hintergrund spannende musik wo ist der ein höher noch ah hier kommen wir ja gar nicht ach stimmt jetzt geht das wieder los mit diesem balancieren hier ne wo bist du gerade da ich glaube jetzt haben sie alle oder dürften sie alle gewesen sein nehme ich an hört sich ganz so an ja die musik lässt nach ok das war es hier hat auch wieder erreicht muss ich sagen die haben uns ganz schön natürlich die haben uns ganz schön innen 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 schmückt haben die uns ganz schön innen innen schmückt und wir müssen wahrscheinlich nach ganz ganz oben ne naja aber wir waren ja schon mal ganz oben sollte eigentlich kein problem sein aber naja ihr wisst ja wie das manchmal ist ah ne hier müssen wir ein bisschen na dann geht es ja zeig mal das gewehr ne das ist alles schnulli so platziert tüfteltom bericht erstatten können wir jetzt mit dem ding hier irgendwas machen eigentlich sogar noch ne ne nö das ist schade oh maximiert ah ne komm das ist scheiße ich kann hier nicht noch mehr mitnehmen da war doch ganz oben immer was ne ist da jetzt vielleicht auch wieder was drinnen würde mich ja ein bisschen interessieren aber ich hab natürlich wenig bock jetzt hier wieder noch genau alter wollte grad sagen ich hab jetzt natürlich wenig bock hier noch abzuschmieren abzuschmieren hä ach das ist noch in höher ja 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 ich da wie chimit plus da wo du bist ook keine scheiße Vorsichtig, vorsichtig Jetzt sind wir nämlich hier zum zweiten Mal Tatsächlich Vorfrügsgeld Der Rest ist Plunder Ich würde sagen Wir sollten jetzt hier auch wieder schleunigst Schleunigst nach unten Geht das eigentlich auch mit dem Fahrstuhl? Da unten war Wasser, ne? Kann das sein? Komm, was soll's Jo, hier ist Wasser Jetzt können wir nämlich hier hinten raus Durch diese Wo die Tür zugekettet ist Genau, da ist das Haben wir hier noch? Ne, nimmt da gar nicht Ah, hier ist auch noch eine Eine Truhe ist ja hier auch noch Alter, schön So, dann machen wir auf hier Ich bin schnell raus hier aus die Brühe. Alter, jetzt kann ich schon wieder ein Red Array nehmen. Oh, die nehmen ganz schön ab jetzt in letzter Zeit. So, zack. Dürfte reichen, oder? Oder, oder, oder? Jawohl. Okay. Wieso ist da jetzt eine Tür auf der Karte? Achso, wir werden wahrscheinlich wieder zurück so, und zwar... Railroad, ne? Hier, ich heiz euch da drin erstmal ein bisschen. Neuner? Oder hab da? Das ist alles gratis hier bei mir. Ich muss wirklich mehr mit Granaten arbeiten und sowas, ne? Mensch, Hund, geht doch beiseite. Süßkuchen. Ich höre hier schon wieder irgendwo Schüsse. Oh. Alter, wir finden jetzt auch wirklich sehr viel Munition immer, ne? Seitdem ich dieses Schnorrer jetzt genommen hab, einmal frei. Aber, wisst ihr, was wir vorher nochmal machen? Oder, ne? Ist eigentlich Quatsch. Das lohnt gar nicht mehr. Ne, das lohnt auch nicht mehr. Wir reisen jetzt wirklich nur noch fix, äh... Nochmal zurück zu... Tüfteltom. Sagen ihm Bescheid. Und wir können ja so'n... So'ne Quest dann auch gleich nochmal aktivieren. Aber wir werden die nicht gleich wieder direkt machen. Wir fahren dann erstmal fort. Im nächsten Part dann aber. Äh... In... Good Neighbor. Was war ja eigentlich... Schon im letzten Mal. Was wir ja schon im letzten Part bekommen hatten. Diese Quest. Die werden wir dann im nächsten Part aber definitiv machen. Das macht die Sache echt gefährlich. Alter, hier können wir aber ganz gut Geld verdienen, ne? Gut, das nehmen wir jetzt natürlich erst mal mit. Da, da... What? Ach nee, da warte jetzt. Oder was? Oder bekommen wir jetzt gleich noch wieder was zu? Ja, ja, doch. Doch, doch. Wir handeln. Was hast du denn? Sag mal, was du so hast. Alles klar. Oh. Der hat ja auch Munition und sowas alles, wa? Na, hier können... Hier kann ich doch bestimmt gleich was verkaufen, ne? Ah, der hat nicht viele Kronkorken. Flammenwerfer. Was hat der denn hier feinelt? Ach, so ein Ding haben wir auch. Granaten ist ja eigentlich auch Quatsch, da zu kaufen, ne? Tüfteltom-Spezial. 88% Scharen. Was will er denn dafür haben? Äh... Oh, was, Alter? Nee. Nee, ich glaub, äh... Oder hab ich denn hier noch feinelt? Hab ich hier vielleicht irgendwas, was ich an Waffen oder irgendwie an Kleidung jetzt hier doch nicht mehr haben möchte? Plunder mit Hose. Das ist eigentlich alles Quatsch, ne? Was soll ich mit den ganzen Plundern, ne? Zack, hier kannst du haben. Das kannst du haben. Tarnpullover. Gut. Den haben wir geschenkt bekommen. Den möchte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Aber was würden wir denn dafür kriegen? Äh, Super 4. Das lohnt dir ja sowieso denn gar nicht. Äh... Und Kleidung haben wir jetzt auch nicht so direkt was. Aber... Lass uns mal bei... Waffen gucken. Ist jetzt hier vielleicht irgendwas bei, was ich... so jetzt gar nicht haben... möchte, oder... was ich sowieso gar nicht benutze. Die könnten wir zum Beispiel verkaufen. Die haben wir nämlich... Ach, nee, Quatsch. Nee, 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 nee. Die ist halt ja gar nicht. Wo ist denn die andere? Da haben wir sowieso schon zwei von. Die liegt ja da immer wieder bei diesen ehen Typen da auf dem Tisch. Habe ich die gar nicht mit? Alter, ich habe so viele Waffen schon wieder bei dir, wa? Bis was kommt, das verkauf ich jetzt auch hier das Ding. Und hiervon behalte ich jetzt die Stärkere mit dem großen Magazin. Ist die das gewesen? Ja, ne? Jaja, Nachtsicht. Dann können wir die von uns eigentlich verkaufen, ne? Panzerberechen? Naja, obwohl. Oh, nee. Guckt euch mal den Scharen an, hier und da. Die verkauf ich auch. Benutze ich jetzt sowieso nicht mehr, wenn ich was Stärkere habe. Hiervon haben wir... Achso, das ist... Nee. Hm. Sind Bäder eigentlich gut, ne? Aber die kann dann eigentlich auch weg. Sprengmesser, genau, weg. Haben wir wieder ein bisschen Platz und sogar ein bisschen Geld verdient. Ist doch gut. Gut, reicht denn noch? Annehmen. Jo. Gut, Leute. Und denn, im nächsten Part, wie gesagt, machen wir das denn jetzt aber auch in Good Neighbor. Und ich würde sagen, wir sind dann auch direkt dann da wieder. Und, ja, das sollte noch erstmal gewesen sein. Für diesen Part wieder. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, ihr habt. Ne? Keule, was meinst du dazu? Natürlich, ne? Ja, 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 ja. Mit deiner Porno-Brille, ne? Also, Leute. Wie gesagt, im nächsten Part direkt dann in Good Neighbor werden wir uns dann da wiedersehen. Und bis dahin dann vorerst wieder Tschüss und haut rein! gut